Unter dem Motto, MV sagt Danke, sollten im Mai vier große Bürgerfeste in Mecklenburg-Vorpommern stattfinden, als Ersatz zum mehrfach verschobenen MV-Tag. Doch jetzt wird auch aus diesen Events entlang der Ostseeküste nichts. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat sie absagen lassen. Die europaweite Ausschreibung zur Organisation der Großveranstaltungen wurde gestoppt. Die derzeitige Pandemielage, insbesondere die schnelle Ausbreitung der Omikron-Variante, mache die Absage nötig, so die Begründung. Wann die Feste nachgeholt werden, ist noch unklar.